Eine Stärke von mir ist der Blick dafür, in welcher Situation der Mensch sich gerade befindet. Ein Trainer im Voltigiersport sollte im optimalen Fall selber mal voltigiert haben, sollte ein gutes Gespür haben, sollte auf Menschen eingehen können. Und das lässt sich sicherlich auch auf unser Unternehmen übertragen. Auch da muss man am besten verstehen, was die Leute tun und was ihre Aufgaben sind und das Unternehmen von der Pike auf kennen. Der Mittelstand ist für mich vor allen Dingen sehr flexibel, sehr innovativ und deutlich beweglicher als Großkonzerne. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem menschlichen Körper. Die großen Unternehmen sind die Gliedmaßen, die wichtigen Punkte und der Mittelstand sind die Gelenke, die aber erst Bewegung richtig möglich machen. Voltigieren ist das Turnen von akrobatischen Übungen auf dem Pferd. Für mich als jahrelanger Trainer in diesem Sport ist das Faszinierende einfach, dass sich ein Team nicht aus einem Trainer und einem Voltigierer zusammensetzt, sondern dass wir noch die Komponente Pferd haben. Und wir brauchen einen durchtrainierten Athleten, der kreativ ist, der ausdrucksstark ist. Ich glaube, Motivation und Inspiration für neue Projekte und Produkte kommt immer aus dem Team heraus. Das heißt, ich glaube, wenn man als Unternehmen ein gemeinsames Ziel verfolgt und eine gemeinsame Vision hat, dann entsteht Teamgeist und dann läuft das relativ von alleine. Die kurzen Wege und das große Netzwerk in Hamburg sind schon etwas Einmaliges. Gerade mit dem Dachverband Hamburg Aviation haben wir einen sehr starken Partner, der auch die Unternehmen zusammenbringt, der uns die Möglichkeit gibt, unsere Produkte vorzustellen. Und das ist sicherlich ein absoluter Standortvorteil. Die Krüger Aviation ist ein Familienunternehmen. Wir sind Teil einer sehr langen Tradition mit sehr großen Werten. Gerade das Miteinander, das Füreinander und auch für Mitarbeiter einstehen zu dürfen und zu können und das als Teil der Grundidentität zu haben, ist schon ein großer Vorteil. Oben drüber steht die Vision, dass in jedem Passagierflugzeug dieser Welt ein Bauteil von uns fliegt. Wir möchten den Passagierkomfort in jedem Flugzeug erhöhen. Die Luftfahrtbranche ist für mich eine der spannendsten Branchen. Sie steht im wahrsten Sinne des Wortes nie still. Sie hebt täglich neue ab. Das bringt neue Herausforderungen mit sich. Und wir können immer neue Impulse setzen. Wir haben tolle Möglichkeiten, Innovation voranzutreiben. Mein Name ist Nils Stoll. Ich bin Geschäftsführer der Krüger Aviation. Und ich bin einer von 40.000 im Luftfahrtnetzwerk Hamburg Aviation. Ich bin Geschäftsführer der Krüger. Untertitelung des ZDF, 2020